Was ist das, was man auf einen Stoff trifft, der einen unmittelbar aus der Jetztzeit abholt? Und dann ist bei diesem Vernance-U-Text, das ist so direkt ins Gesicht, direkt aus der Jetztzeit. Trotz Corona hat das eine Vitalität, die mich immer weiter daran glauben lässt, dass es eine gute Idee war, das in Angriff zu nehmen. Joarim hat den Roman vorgeschlagen und ehrlich gesagt bin ich ihm gar nicht böse, sondern im Gegenteil, je länger ich da jetzt dran bin, war mir nicht klar, dass das, wie ich jetzt im Moment empfinde, so viel mit mir zu tun hat und so, dass ich da so viel über mich und meine Vergangenheit als Bassist erzählen kann und den ganzen Sehnsüchten, die damit verbunden waren und diesen verlorenen Hoffnungen und diesen verlorenen Utopien. Die grölen auf der Straße rum und fühlen sich wichtig. Pech für euch! Da wo wir sind, da könnt ihr euch nicht hören! Dieser Vernon, den ich da spielen darf, wie der da, er sagt selber, ja, er guckt seinem Abstieg, ja, mit Entsetzen, aber auch mit so einer gewissen Hilflosigkeit zu, was ihm passiert. Und das fasziniert mich natürlich immer, wenn Leute so in eine Katastrophe geraten und man die da begleiten kann. Ne, das ist eine schmerzliche Figur. Man hat ja oft so Figuren eigentlich, die so aufbegehren. Ja, die dann auf die Barrikaden gehen, die alles in Schuss und Asche legen, die kämpfen. Und das ist der irgendwie nicht. Der kämpft auf einer anderen Ebene. Der kämpft dafür, Nacht für Nacht irgendwie, nicht auf der Straße zu landen. Das ist ein sehr existenzieller Kampf, den man, ich bin ja auch neu in Berlin, den man in dieser Stadt hundertfach jeden Tag sieht. Es ist wirklich ein schmerzlicher Stoff, der aber sehr viel Humor hat. Und das war auch einer der Gründe, warum ich das Buch so schätze. Ich finde es eben auch doch bei aller Bitterkeit sehr humorfrei.